Bonbons sind schon geil Leute. Bonbons sind schon geil. Willkommen zum ersten Nicht-Test-Stream. Ein bisschen Test-Stream ist es immer noch. Aber hey, Otto, knacken wir die zwei Stunden. Sven hat keinen Bock, ich schon. Auf den Twitch werde ich zwei Stunden gebrochen. Ne, das kriegen wir easy jetzt. Zwei Stunden, eins, ich bin auf. Ich sehe das. Ich habe für. So, ich stelle mir auf. So, der Wettkampf. Aber Wettkampf haben wir noch nie gespielt, oder? Ne, ich dachte, das habe ich wohl wieder rausgenommen, dass man erst ein bestimmtes Level haben muss. Okay, aber Wettkampf ist doch nur geil, oder? Ne, Bombe. Bombe, achso. Also wir sagen, hier nach können wir dann ein Spiel wechseln. Weil das Wettkampf geht bis zu einer Stunde. Oh, wie kann man das Tier noch mal immuten, ey? Was, ey? Buenos dias de la tardes! Och, nee! Nein! Sven, das ist wichtig, das ist ein bisschen belastet. Tu, Mama, un retardo! Ich höre nur die Spanien. Es ist retarded. Petarde bist du, Sven. Was ist denn von uns? Headshot. Wow. Ja, ich will die wie muten, wie kriege ich das jetzt? Gar nicht, das ist wichtig, das wird die nicht muten. Teamwork. Aha. Aber, apropos Teamwork. Den einen hätte ich grad zuguckt. Der hat aus deinem Teammate geschossen. So viel zum Thema Teamwork, ne? Wir haben eh gewonnen, die Runde. Da kann man sich schon mal gegenseitig killen. Ne, Waffe safe, Waffe safe. Geh weg! Schaff's eh nicht mehr! Weg! Hau ab! Hau ab! Ja, ich krieg's. War auch. Oh, nein! Oh, nein! Nice strike, Bro, nice strike! You fucking sucks! You suck, you suck! Ach, Yannick. Das war echt schwarz. You fucking suck! Weder angreifen, noch abhauen. Das versteht sein. Sucking suck! Sucking suck! Sucking suck! Das, wenn du suckst, hörhast. Sucking suck! Sucking suck! F2! 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 Nein! Nice! Oh! Das kommt Sven. Da sind vier Leute. Da sind vier Leute. Wow! Kann mir die Runde bitte verlassen. Nein, Sven! Wir haben's! Das ist so awesome gerade! Nein! F2! 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 Ich merke mir das. Das ist mein Zitat der Woche. F2! 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 Also Comedy Aspect ist gerade auf YouTube. Falls ihr lieber die lustige Variante nehmen wollt. O Gott! F2! F2! Ich bin nur ein einziger Kill. Da bin ich zufrieden. Wenn du im Team geht, machst du das zählt übrigens nicht. So steht der Mann auch nicht. Fuck. Ich wollte gerade ne Waffe geben, ne? Ja, aber du brauchst 20 Minuten dafür. Gar nicht. Ich war schon so weit. Da sind zwei. Zwei sind oben. Sven, zwei! Da kommen zwei aus der Hütte. Nein, Sven! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab ihn gekillt! Du machst das dunkel. Sven, ich glaub an dich. Jetzt bin ich unter Druck. Oh mein Gott! Oh nein! Ich hab noch ne Runde! Ja, das war doch erst die Hälfte. Was willst du? Und das ist jetzt die Bombe. Du machst das. Du meinst. Wer hat die Bombe? Du! Nee! Ich kann sie wegwerfen und zahlst du. Nice, Sven! Nice! Sehr gut, Sven! Richtiges Tier. Oh mein ey. Du hast ein richtiges Tier, weißt du? Ja, klar. Richtiges Tier. Machst du, Sven? Boom, Junge! Easy's Game of Life. Alter. 3 gegen 2 machen wir jetzt. Ja, Sven! Du hast doch knappiert, ich hab was auseinandergenommen. Sven, Bombeflächen. Los! Ja! Seite! Links! Vorsammeln! Mach! Go, go! Go, go, Swayboy! Ist gelegt! Da verstecken! Dahinter, genau! Da verstecken und warten! Nice! Nice, Sven! Das ist so ein Tier! Zau! Das ist so ein Tier! Das ist so ein Tier! Janik! Das kann gar nicht mehr schief gehen! Das geht wohl schief! Kann ich rennen? Nein, nein. Kann ich jetzt rennen? Weg! Alles klar, renn weg! Weg, Sven! Wegrennen! Bombe explodiert gleich! Laufst du um dein Leben, Sven! Krass nehmen! Kann gar nicht mehr schief gehen, Sven! Ich will doch nur, dass es endet! Ja, weißt du, wir müssen eigentlich nur noch einmal gewinnen, aber wir sind erst grad wieder so krass! Nice, Sven! Wann ey! Nice, Sven! Bist so ein Tier! Bist so ein Tier, Sven! Ja! Bist so ein krasses Tier, Sven! Bist so ein krasses Tier, Sven! Bist wie ein Tigger, weißt du! Tigger! Bist so ein richtiger Tigger, weißt du! Möbel, der grad mit Winn… 배 Puli mit richtig krassen Schwänzeln gezeigt hat, weißt du! Alles klar! Rauchbeinaden! Haben wir gewonnen? Nice, Sven! So ein Tier! Bist so ein Tier, Sven! Ja, Ne, Gärts, ja! Bist so ein Tier! So krass! Loll, Alter, Alter, ich bin erschrocken. Was sagt man dazu? Dankeschön. Alter. Und hallo. Oh, es brennt. Oh, ich glaube, jetzt ist es vorbei, ne? Der Diffuser, der Diffuser. Er schafft das, ja. Geh, geh. Tschüssi. Oh, endlich ist es vorbei. Endlich. Oh, shit, mein Leif. Endlich ist es vorbei, ey. Ich bin der Waffenmeister. Und ich bin selbstbewusst. Wahre Schritte, 215. Ja, weil du schleichen kannst, bist du selbstbewusst. Ja. Geil. Tschüssi. Ah, ist klar. Ich glaube, wir werden gleich nochmal klären. Mach nur ein kurzes Päuschen. Könnte ich mir auch nochmal auf der Litty. Genau, so. Und dann sind wir gleich wieder da. Genau, Pause. So, dann muss ich mein Fass genau raus. So. Ja, ist ja wieder back in business. Was meinst du, Sven? Was denn? Bei DPD. Zwei Runden, bei D überhaupt nicht laufen, wechseln wir auf Pairs. Okay. Okay. Ja. Du hast DPD bei mir aufgehangen? Nee, ich glaube nicht. Da passiert nämlich gar nichts mehr. Gar keine Bewegung oder so. Rückmeldung. Willkommen. Ja, weil ich es nicht geladen habe, klar. Kam keine Rückmeldung mehr. Geil. Ach du Scheiße. Doch. Hey. Alter, Gesundheit. Danke. Ich höre dich, Uni. Ich bin schon weiter beim Laden als Feuer. Das ist ein gutes Zeichen. Uni. Ich habe es gehört. Was ist das Spiel wieder aufgehangen? Was ist denn los? Weiß ich nicht. Alter, dass du nicht reinkommst, das verstehe ich nicht. Ja, ich habe keine Rückmeldung. War das klar, welches Spiel? Ja, jetzt bin ich gekommen. Ja. Easy. Party abgebrochen. Jo. Ja, dann. Pro-Wood-Sucker. Ich suche ja hier kurz beim PC-Controller. Ja. Steam. Steam. Wo ist bei dir A? Unten. Also bei W wäre es X. Ja. Passiert nichts. Hast du den Controller angeschlossen, bevor du das Fehler gemacht hast? Nee. Ich finde genau das zu fehlen. Okay. Du musst den vorher anhaben. Okay. Die D-Widdy-Taste drücken. Ah, jetzt. Warte. Nee, warte. Jetzt leuchtet er blau. Oder habe ich wie viel ihr kurz PC jetzt verbunden? Ich glaube, ich habe mich jetzt ein PC verbunden, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, mit PC-Controller geht das nicht. Das ist auch okay. Ja, was soll ich das spielen? Hey. Was soll ich noch einmal DVD probieren? Was soll ich das? Vielleicht das Spielwechsel rollen. Was soll ich das? Ich wollte verarschen jetzt. Ja, Nick? Ja. Ich habe irgendwas rausgezogen gerade. Hä? Okay, ich bin wieder da. Willst du das noch einmal DVD probieren? Vielleicht hat das Spielwechsel gelaufen. Ja, ja, nee. Oh, ich bin da. Nice. Geil. Spiel ist stehen geblieben. Hey, du stehst vor mir. Ja, Spiel ist stehen geblieben. Echt? Ja. Ah, 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 ah. Oh, ja, ja. Oh, ja, mein Rekordkosten bestimmt. Auf jeden Fall. Okay. Vielen Dank fürs Anstalten. Okay. Das nächste Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.